Wir brauchen einen Schlüssel dafür, das ist scheiße. Okay. Warte, vier. Ne, sieht gut aus. Gut. Kommt ihr mit? Tutorial Menü. Wie mache ich das wieder? Warte. Fernklass Markierungen. Nein. Willkommen. Den Kampf, den Weg, den Köter, Herstellung, Sekten, Geschäft, Kämpfer, Spezialisten, Widerstand, Saves. Saves? Öffnen Sie sich mit Fernsehender. Ah, okay. Wir haben den Vorteil Schlüssel knacken oder Schweißbrenner mit Saves leise und ohne Fernsehender. Okay, das ist gut. Das machen wir dann noch. AC-scrouchen, drücke T, um einen Stein zu werfen, Takedowns, Wurfgeschosse, Waffenrat, Weltkarte, Begleiter oder sowas müsste das doch heißen. Keine Ahnung. Ich will, dass du wieder hierherkommst. Schön dran. Komm mal her. Pebbles. In Position. Gut. Okay. Geht er jetzt doch hoch? Cool. Das ist toll. Kann ich den überholen? Achtung, ich komme. Tschu-tschu. Tschukka-tsukka-tsukka-tsukka-tsukka-tsukka-tsukka-tsukka-tsukka-tsukka-tsukka-tsukka-tsukka-tsukka. Kann man euch den Vogel auch abknallen? Kein aus dem Dresse. Jetzt muss ich warten, bis der oben ist, ne? Verdammt heiß heute in der Sonne. Ja. Ich weiß, was du denkst, aber nein. Ich werde dich nicht im ganzen County auf Türme klettern lassen. Keine Sorge. Äh, 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 äh. Dass du dich drunter fährst. Ja, der Dicke ist im Weg. Aktivierende Tänne auf dem Fernturm. Da war ich doch gerade schon oben. Guck mal, ob ich das vorher schon mal oder rechts machen können. Ich hab's noch nicht gesehen. Wurde befreit. Abgeschlossen. Okay. Okay. Ja. Ja. Dauert sieht geil aus. Okay. Der Nebel sollte sich bald lichten. Dann können wir dich von der Insel runterschaffen. Hab Geduld, es dauert nicht mehr lange. Vielleicht würde ich was machen. Ich hab noch was vor. Das ist noch ein Ding, was sich zerstören muss. Hallo? Test, test. Homies? Oh, scheiße. Der Beauty, ich krieg da gerade was Neues aus dem Holland Valley rein. Eine Übertragung von John. Das muss so sehen. Wir sind alle Sünder. Das sieht aus wie Olli. In Olli Nation. Sogar der Vater kennt die Sünde. Nur all zu gut. Sie ist ein Gift, das uns. Den Verstand vernebelt. Was, wenn ich euch sage, ihr könntet frei von Sünde sein? Ja. Was, wenn ich euch sage, dass alles, wovon ihr träumt, wahr werden könnte, wenn ich euch sage, dass ihr jedes Leid überwinden könnt, wenn ihr nur eine Idee akzeptiert? Dass die Freiheit von der Sünde erreicht wird durch die Macht von nur einem Wort. ja, ich bin ein Sünder. Ja, ich möchte befreit werden. Ja, ich muss bald erlöst werden. Wenn ihr heute zuseht, dann seid ihr auserwählt worden. Ihr werdet geläutert. Ihr werdet bekennen eure Sünden. Und es wird euch ein Bus aufhören. Keine Sorge. Ihr müsst überhaupt nichts dafür tun. Wir kommen zu euch. Ja. Ja, ich will mitmachen. Es sind nur diese komischen Leute. Ja. Ja, jetzt müssen wir mal laufen. Verfickt. Warte mal. Wo muss ich... In welche Richtung muss ich eigentlich gerade eher? Richtung Norden. Ich will das Ding da noch zerstören. Nein! Ich habe dir für den Anfang drei Orte auf der Karte markiert. Das Sägewerk im Norden, das Hope County Gefängnis im Osten und die Stadt False End im Westen. Ja. Deine Entscheidung. Aber wenn ich du wäre, würde ich mit False End anfangen. Gut. Ja, 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 ja. Erstmal runter. So. Wo ist denn der andere? Ist der weg? Okay. Na ja, wir schwimmen da jetzt kurz rüber. Gibt es eigentlich Unterwasserschätze oder sowas? Ich weiß auch eigentlich False End, bla, bla. Wird es eigentlich langsam mal schwarz vor Augen dann oder wie ist das? Ja, okay. Mal ja so... dass er langsam mit mir das Sauerstoff ausgeht. Aber ich würde es eigentlich recht schick aus sein lassen. So. Huch, wo kam der her? Hä? Ein Jet Ski? Ist ja fett. Muss er noch mit dem Schiff drücken, dass er rennt? Das ist toll. Was war denn das für ein Typ? Da hat er mich so grün geraucht. Das sieht ziemlich ungesund aus. Warte mal. Schreien, scrollen, zoom, Wegpunkt setzen. Da waren wir doch erst. Hä? Was ist los? Hä? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Es gibt ja dieses Mädchen, Skylar, fantastische Anglerin. Ja? Sie sucht nach Hilfe, um den Admiral zu fangen. Du solltest sie aufspüren, wenn du die Gelegenheit hast. Okay. Ach du Scheiße. Was hat der für Probleme? Ich kann mit dem aber nichts machen. Ist er tot? Was machst denn du auf der? Ja, wenn er auf der... Hä? Soll ich auch mit drauf rammtrampeln? Warte mal, ich helfe dir. Nimm kein Ende. Doch, doch. Trust me. Ach, egal. Komischer Typ. Okay, und der Begleiter ist weg. Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Warte mal. Wenn wir jetzt aber herkommen und den entlassen, ist ja egal. Der ist ja gerade eh nicht da. Entfernen. Ja. Ach so, der ist dann wirklich weg. Okay. Komischer Typ. Äh, ach, guck mal, da gibt's Hundi, Bambi, das, das. Ah, guck mal, Cheeseburger. Achso, da ist Cheeseburger. Peaches, ah, ich will Peaches. Ist da jemand? Achso. Es ist ne Leiche. So. Ich weiß, ich war einfach wieder ruhig, aber ich... Okay, ich muss den Klapp ablegen, damit sie wieder Luft holt. Sieht wie eine Leiche aus. Pfff. Pfff. Ich dachte grad so, wups. Sieht wie eine Leiche aus. Ja, ne, echt? So. Da liegt ein Toter, dahinter ist noch irgendwo einer. Ich mag das, mit Pfeil und Bogen zu arbeiten. Ist das schön. Und die sehen uns ja nicht mal kommen. Die Freaks. Das ist ein Feind. Oh, hey, hey, homie. Chill, hallo. Wo rennst denn du hin? Hilfe! Kann ich mit dem reden? Nö. Wer ruft denn da nach Hilfe grad? Bin ich grad beschäftigt. Hä, was los? Aha. Hä? Was will denn der? Was denn los? Als es hier so richtig losging, soll Merle seinen Truck zum Trailerpark am Silver Lake gebracht haben. Hä? Okay, ich dachte grad, hier geht gleich die Party. Bin ich noch beschäftigt. So. Erledigt. Der ist tot. Nee, die will ich nicht. Äh. Nee, wollt ihr auch nicht? Nee. So. Kaputt machen. Boom. Headshot. Ich weiß eh nicht, wo das Chaos da drin ist. Ach so, wobei. Ja, das macht die Leute ja komisch. Kapisch. So, gibt's ja sonst noch was? Oh, da ist noch eine Kiste. Verschlussvoll. Hm. Aufgaben. False End. Und? Eden's Gate. Ach so, mit einer zu einem Falls End, ja. Äh. Ist hier oben einer drin? Hallo, Knarre? Arsch. Irgendwas stimmt da oben nicht. Schön, dass das Seil angezeigt werden. Ich hab gedacht, wir hätten das jetzt gecleant. Was hat denn der? Als es hier so richtig losging, soll Merle seinen Truck zum Trailerpark am Silver Lake... Ja, schön, das wird nur kein... Ich weiß noch, ob du... Hä? Verstehe ich nicht. So, also, wir nehmen jetzt mal Shitski und fahren dann los. Warte, wir können noch speichern, hab ich gesehen, ne? Speichern. Hm. Eintreten, okay. Ah, ich dachte gerade, warum denkt denn der nicht? Dass sie... Uh! Huiiii! Oh oh. Hör mal, Jungspund. Das Tal wird langsam zum Kriegsgebiet. Die Sekte reißt Nahrung, Waren und Ausrüstung an sich. Alles, was ihnen in die Hände fällt. Sogar Menschen. John Feet jagt sie aus ihren Häusern. Und zwingt sie sich, der Sektan zu schließen. Wer sich weigert? Tja, dem ergeht es richtig mies. Am schlimmsten ist die Sektan zu schließen. Hä? Wo ist denn der? Fang am besten dort an. Okay. Zivilist gerettet. So schön. Freut mich. Hätte ich gern getan. Du bist wohl die Person, über die wir alle reden. Warte mal. Ah, nee, ist Zivilist. Okay. Scherb geknallt. Ja. Komme. Was gibt's? Mr. Gebüsch. Er könnte eine Nummer zu groß für ihn werden. Small Bridge auf der Karte öffnen. Okay. Orbit. Ah, kann man so drehen. Ah, okay. Mission. Frierenfolgen. Die haben wir schon erledigt. Versunkene Schätze habe ich übrigens entdeckt. Ach so, ja. Das war ja das Jahr. Ja, genau. Okay. Okay. Okay, warte mal. Map? Ah, ist ein Flugzeug. Wo ist das Tier vor? Okay. Gürbelsfahren. Wegpunkt. Ma'am? Vielen Dank. Bitte. Lange lebe der Widerstand. Ja, ja. Äh, ich nehme kurz nochmal unseren Jetski. Sieht kaputt aus. Ach, der schläft nur. Hat aber einen Krampf im Arm. Eintreten. Komisches Wort, aber gut. Dose werfen. Was für eine Dose. Hm, keine Ahnung. Aber Jetski ist cool. Das finde ich witzig. Uuuuusser. Hier gehst du mal in Land, du blöde Kuh. Aha. So. Wo ist der eine? Ah, da ist er ja. Das hinterm Haus. Ich weiß auch nicht, ob es noch mehrere da sind, ne? Komm, komm. Putt, putt, putt. So. Auch ganz gut bleiben. Ich brauche nur mal einen Schrotgewehr, dass das was für ein Nahkampf. Wie bin ich nur hier gelandet? Äh, weiß ich doch nicht. Das war der eine. Ist er das? Nö, der ist auch tot. Befreie dich erstmal. Bitte, bitte. Hä? Den habe ich da gekillt. Jemand muss diese Sekte aufhalten. Jaja. Team mit einem Dirkön angehört werden. Nach dem Anhören treten sie einer Helferauswahl bei und würden automatisch dein Team zugewiesen. Mit Vorteilführung kannst du den zweiten Helfer in dein Team nehmen. Okay. Herzlichen Wunsch. Du hast deine erste Herausforderung abgeschlossen. Schließe weitere Herausforderungen ab, um mehr Vorteilspunkte zu erhalten, um neue Vorteile freizuschalten. Boomer Gesamt. Drücke Kuh, um den Vorteilsmenü zu öffnen. Ah, ja. Wie komme ich denn da rein? Ja, das ist auf jeden Fall gut. Eingriffe Gesamt. Nahkampf. Kills mit Pistolen. Töte gegen meine beliebten Feuerwaffe. Vorteilsmenü anzuschauen. Okay. Kosten. Nahkampfausrüstungstausche erwerben. Trage mehr Faustwaffen. Munition und Nahkampf-Munition mit ihr funktioniert. Auch in Arcade. Attentäter schalte den Kletterwagen frei. Finde Gelegenheit. Oh, das wäre aber toll. Ein Kletterwagen ist immer gut in der Mama. Was ist das? Fallschirm. Äh, Schaltekleifung. Nö, ist noch nicht. Äh, Kosten 7. Ah, Reisetasche. Dietrich kostet 6. Was gibt's denn hier noch im Grunde? Spezialemissionstasche, Schwereemissionstasche, Taktischeemissionstasche, Köcher. Köcher! Trage mehr normale Pfeile, Brandpfeile und Sprengpfeile mit dir. Funktioniert auch in Arcade. Okay. Ach, das ist das da. Ah. Gesamtkills. Töte deinen Gegner mit einer bevorzugten Waffe mit toten Faustschüsse. Bäh. Entschuldigung, macht das was funktioniert? Kills mit Pfeilen. Ah, das ist eigentlich eher meins. Vorteilspunkte erhalten. Drei Stück dafür. Cool. Anheuern. Dann hauen wir mal richtig auf die Kacke. Ja, was ist das? In der Spielwelt stehen Geschäfte zur Verfügung, indem du Waffen kaufen und anpassen deine Emissionen nachfüllen, Beute verkaufen und vieles mehr tun kannst. Neue Waffen werden freigeschaltet, wenn du den Widerstand in einer Region stärkst. Verdiene Geld, indem du eine Emissionen abschließt. Saves findest oder Tierhäute und Fisch verkaufst. Okay. Kaufen, verkaufen. Ja, jetzt wird's interessant. Gegenstände, Beute, Boote, Munition, Gegenstände. Äh. Körperpanserung. Mit dieser robusten Kugel, siehren Wessel, absorbierst... Jaja, okay. Munition auf. Hören wir nicht schon auf. Ich will nicht, geht nix. Boote und Wasserflugzeuge. Hallo? 2500, ja scheiße man. Beute verkaufen. Die da. Verkaufen. Ja. Verkauft. Gut. Silberbahnen kaufen. Achso, Gegenstände. Ich find's doch mit der Munition ganz bisschen doof. LG Munition, Brennstoff Munition. Für 440? Ne, sehe ich gar nicht ein. Ist ein bisschen unübersichtlich. Kaufen, verkaufen. Wir haben Gegenstände. Ich hätt' gern Schalldämpfer oder sowas für meine Knarre. Ne, aber... Ja, find ich doof, dass es das nicht gibt. Hm. Müssen wir auch ein bisschen reinfinden ins Spiel. Ist grad ein bisschen komisch alles. Gibt es sowas wie zu viel Munition? Ich schätze nicht. Ne, schätze ich auch nicht. Senf. Cool, wir haben Senf gefunden. Machen wir jetzt Löwensenf-Konkurrenz? Nein, nein, chill, 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 chill. Hallo, runter mit dir. Vertreib's nicht. Ja, brüll halt noch mal, du Afferkopf. Wann werden die nicht anmarkiert? Das ist doch assi. Wir kommen auf jeden Fall mal von der Seite. Ist sicherer. So. Kommt der? Ja, der kommt. Ich geh woanders hin. Ich geh woanders hin. Ja, ja. Mach was willst. Ist mir egal. Aber sei leise. Ist ne ganze fucking Farm hier. Wie den verlorenen Sohn, den der Vater noch verliebt. Der Widerstand wird mich retten. Ihr Peggys atmen, welche welche Schmerzen euch erbarfet. Dass ich sowas mal mache. Ich würde sie nicht auf ihr schnittet bitten. Ihr schnittet euch für so schau. Was? Mein Gott. So. Äh. So. So. Sieht gut aus. Halt doch die Fresse. Wir sind wieder sicher. Ich stelle meiste, wie leidend ist worden. Kann das sein? Hilf mir bevor es zu spät. Oh mein Gott. Danke. Danke. Du hast mir den Arsch gerettet. Du bist einen vor. Gerne. Gerne. Ich? Oh mein Gott. Endlich eine, die was drauf hat. Gell. Hallo. Ich stelle gar nur die Musik ein bisschen. Aber gut. Eine Karte. Blündern. Lesen. Du ziehst des Managements. An alle Mieter. Wir wissen, dass schon sich in mögliche Weise bedrohliche Art und Weise an einige von euch gewandt hat. Aber das ändert nichts daran, dass die Miete nach wie vor bezahlt werden muss. Es ist nicht das erste Mal, dass die Peggys uns bedroht haben. Bisher ist nichts Schlimmeres passiert und es wird auch in Zukunft nichts passieren. Kerl und Benny. Alias das Management. Puh. Vollidioten. Ach so, Arcade Mode. Ja, da will ich nicht rein. Blündern. Schnaps. Geil. Können wir uns besaufen? Das war aber nice. Hast du ein fucking Safe, man? Die Idioten vom Gate tun nicht mal Stabilisatoren in ihre Treibstofftanks. Hallo, gehst du mal weg? Ah nee, ist kein Safe. Dach gerade. Okay. Ja, das war ich, du Hornox. Hornoxe. So, ich wollte das Telefon noch anhören. Weitere, weitere. Schöne Bilder hier vom Angeln. Ben. Karen. Hoffentlich hört ihr das noch. Ja. Ihr müsst abhauen. Johns Leute sind durchgedreht. Die schreien irgendwas über Siegel und einen Kollaps. Sie sind im ganzen verdammten Tal und auf dem Weg zu euch. Ihr müsst euch verpissen, okay? Okay. Ihr müsst auf der Stelle abhauen. Habt ihr nicht verstanden? Okay. Tschüss. Tschüss. Jaja, bla bla bla, das wäre eine Mission für uns. Man repariert es selbst. Lady? Bei Rayrays Farm wält schon seit Stunden ein Hund. Das ist bestimmt Boomer. Boomer. Da kann was nicht stimmen. Sonst ist er so ruhig. Boomer, auf der Karte entzeigen. Hier ist Rayray auf der Kürbisfarm. Boomer dreht durch. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, ich doch auch nicht. Ich will wissen... Ah, mit dem kann man noch quatschen. Okay, gut, 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 gut. Kann ich das Auto nehmen eigentlich? Geil. Also, Digga, du wolltest was von mir? Danke, dass du uns da rausgeholt hast, Mädchen. Ich bin Merle. Merle Brinks. Diese Drecksecke lassen mich jeden Tag bereuen, an dem ich sie mit ihren miesen kleinen Plänen durchkommen ließ. Ich wusste, dass sowas passiert. Aber ist jetzt auch egal. Erstmal müssen wir diese Leute beschützen. Du hast uns den Arsch gerettet, nicht wahr? Digga! Beschlagnahm. Das gehört dir nicht. Raus da! Bis dahin. Viel Glück. Ja, jetzt geh mal... Jetzt war Pistig. Hallo? Hey, was soll das denn jetzt? Mein Auto! Kommst du mit? Anbrensendose, werfen, Huben. Nächster Radiosender. Radio aus. Ja, bitte. Cool. Ich habe sogar eine Route angezeigt. Die Sekte hat keine Chance gegen echte Patrioten wie uns. Gabst du? Ich fühle mich gerade witzig. Huch, Baum. Huiiii! Huiiii! Ääääääää... Huiiii! Okay, warum habe ich jetzt mit der Waffe ge... Ja, ja, passt doch. Oh. Blindern. Ich will Waffe halt nicht tauschen, lesen. Äh, wahre Fakten Puma. Pumas verfügen über ähnliche Körperbau wie Hauskatzen, nur größer. Beide Katzenarten sind außerdem krasse Egomanen. Hehehe. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Ja, dem kann ich nur zustimmen.